Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Jauču Niemalsku Nummer 117 Nummer 117 Ich habe einen wunderschönen Teddybär für Maria als Geschenk gekauft Ich habe einen wunderschönen Teddybär für Maria als Geschenk gekauft Ich kann Kleingedrücktes nicht lesen. Dazu brauche ich eine Lupe. Ich kann Kleingedrücktes nicht lesen. Dazu brauche ich eine Lupe. Es ist fünf vor neun. Musst du heute nicht arbeiten? Es ist fünf vor neun. Musst du heute nicht arbeiten? Es ist fünf vor neun. Musst du heute nicht arbeiten? Die ganze Familie legt Geld zusammen. Wir sparen für ein eigenes Haus. Wir sparen für ein eigenes Haus. Die ganze Familie legt Geld zusammen. Wir sparen für ein eigenes Haus. Gefällt dir das Haus? Es steht zum Verkauf. Gefällt dir das Haus? Es steht zum Verkauf. Wir sind mit unseren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Bayern gezogen. Wir sind mit unseren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Bayern gezogen. Wir sind mit unseren beiden Kindern in ein kleines Dorf in Bayern gezogen. Wo sind die Wäscheklammern? Ich möchte Wäsche aufhängen. Wo sind die Wäscheklammern? Ich möchte Wäsche aufhängen. Was macht die Katze in der Pfanne? Was macht die Katze in der Pfanne? Was ist in der weißen Plastiktube? Sie hat kein Etikett. Was ist in der weißen Plastiktube? Sie hat kein Etikett. Was ist in der weißen Plastiktube? Sie hat kein Etikett. Wer einen Sack voll Geld hat, braucht sich keine finanziellen Sorgen zu machen. Wer einen Sack voll Geld hat, braucht sich keine finanziellen Sorgen zu machen. Wer einen Sack voll Geld hat, braucht sich keine finanziellen Sorgen zu machen. Wer einen Sack voll Geld hat, braucht sich keine finanziellen Sorgen zu machen. Der Acker ist zu verkaufen. Hier entsteht demnächst Bauland. Der Acker ist zu verkaufen. Hier entsteht demnächst Bauland. Der Acker ist zu verkaufen. Hier entsteht demnächst Bauland. Der Acker hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Der Acker hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Wir denken darüber nach, ein neues Auto zu kaufen. Dieses Auto ist ein Geschenk für unsere Tochter zum 18. Geburtstag. Dieses Auto ist ein Geschenk für unsere Tochter zum 18. Geburtstag. Dieses Auto ist ein Geschenk für unsere Tochter zum 18. Geburtstag. Das Auto ist ein Geschenk für unsere Tochter zum 18. Geburtstag. Passen wir alle in das Auto? Ich glaube, es ist zu klein für fünf Personen. Czy możemy wir alle in das Auto? Ich glaube, es ist zu klein für fünf Personen. Ich habe diese Pfeffermühle in einem Antiquitätengeschäft gefunden. 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 Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Es ist zehn vor acht. Die Kinder schlafen noch, weil Sonntag ist. Ich zeige dir, wie man seine Zähne richtig putzt. Ich zeige dir, wie man seine Zähne richtig putzt. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich richtig schüttet. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich richtig schüttet. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich richtig schüttet. Ich habe zwei Rollen Geschenkband gekauft. Ich habe zwei Rollen Geschenkband gekauft. Ich habe zwei Rollen Geschenkband gekauft. Ich kaufe zwei Rollen Strichky. Im Badezimmer liegen die Gästehandtücher zusammengerollt in einem Körbchen. Im Badezimmer liegen die Gästehandtücher zusammengerollt in einem Körbchen. Im Badezimmer liegen die Gästehandtücher zusammengerollt in einem Körbchen. Im Supermarkt habe ich immer einen Taschenrechner dabei. 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 Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Diese Äpfel schmecken besonders lecker. Wo hast du sie gekauft? Die alten braunen Box-Handschuhe gehörten meinem Großvater. Die alten braunen Box-Handschuhe gehörten meinem Großvater. Ich mag keine Stachelbeeren. Sie schmecken mir zu sauer. Ich mag keine Stachelbeeren. Sie schmecken mir zu sauer. Ich mag keine Stachelbeeren. Sie schmecken mir zu sauer. Ich mag keine Stachelbeeren. Sie schmecken mir zu sauer. Meine heutigen Einkäufe stehen in einem Pappkarton auf dem Küchentisch. Meine heutigen Einkäufe stehen in einem Pappkarton auf dem Küchentisch. Das Brot besteht aus einer Mischung von Weizen und Roggen. Das Brot besteht aus einer Mischung von Weizen und Roggen. Das Brot besteht aus einer Mischung von Weizen und Roggen. Jetzt kommen einige Wiederholungen aus den vorherigen Folgen. Ich habe oft allergische Reaktionen. Ich muss mich noch testen lassen, um zu sehen, wogegen ich allergisch bin. Ich habe oft allergische Reaktionen. Ich muss mich noch testen lassen, um zu sehen, wogegen ich allergisch bin. Ich habe oft allergische Reaktionen. Ich muss noch testen lassen, um zu sehen, woge ich allergische Reaktionen. Gestern habe ich endlich meinen Führerschein bekommen. Wir können die Wohnung noch nicht beziehen. Die Elektroinstallation ist noch nicht fertig. Wir können die Wohnung noch nicht beziehen. Die Elektroinstallation ist noch nicht fertig. Wir können die Wohnung noch nicht beziehen. Ich möchte nicht, dass meine Haare sehr kurz sind, nur die Spitzen sollten geschnitten werden. Ich möchte nicht, dass meine Haare sehr kurz sind, nur die Spitzen sollten geschnitten werden. Ich möchte nicht, dass meine Haare sehr kurz sind, nur die Spitzen sollten geschnitten werden. Ich möchte nicht, dass meine Haare sehr kurz sind, nur die Spitzen sollten geschnitten werden. Ich muss noch erdbeeren pflücken, bis der Korb voll ist. Ich muss noch erdbeeren pflücken, bis der Korb voll ist. Ich muss noch erdbeeren pflücken, bis der Korb voll ist. Ich muss noch erdbeeren pflücken, bis der Korb voll ist. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Willst du sehen, was ich gekauft habe? Diesmal habe ich mir etwas Besonderes gegönnt. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu auffällig. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu auffällig. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich hoffe, die Farbe ist nicht zu auffällig. Ich war nicht zu auffällig. Bring mir den Ball. Ich werfe ihn gleich noch einmal. Bring mir den Ball. Ich werfe ihn gleich noch einmal. Die Fotos im Album erinnern mich an meine glückliche Kindheit. Die Fotos im Album erinnern mich an meine glückliche Kindheit. Wir warten auf unsere Hundefreunde. Sie werden aus dieser Richtung kommen. Wir warten auf unsere Hundefreunde. Sie werden aus dieser Richtung kommen. Wir warten auf unsere Hundefreunde. Sie werden aus dieser Richtung kommen. Wir warten auf unsere Hundefreunde. Sie werden aus dieser Richtung kommen. Bleib dort sitzen, bis ich dich rufe. Bleib dort sitzen, bis ich dich rufe. Siede, poké ja tobi ne podzwonju. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. In einem Töpferkurs versuche ich, meine erste Vase herzustellen. Na urozi honcharstwa ja namahaiu sezrobiti svuju perschu vasu. Avidya benutzt einen Lip Liner. Er verhindert das Auslaufen von Lippenstiften. Avidya benutzt einen Lip Liner. Er verhindert das Auslaufen von Lippenstiften. Avidya benutzt einen Lip Liner. Er verhindert das Auslaufen von Lippenstiften. Avidya wykoristowuje Pidwotku dla Hub. Wien zapobiehaje wytjekania pomady. Ich bin Rentner. Meine Frau hat mir das Stricken beigebracht. Ich bin Rentner. Meine Frau hat mir das Stricken beigebracht. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Hier sind überall große Lavendelfelder. Ich habe etwas Lavendel gepflückt. Hier sind überall große Lavendelfelder. Ich habe etwas Lavendel gepflückt. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. Wir haben ein besonderes Hobby. Wir sind Westernreiter. Wir haben ein besonderes Hobby. Wir sind Westernreiter. Wir haben ein besonderes Hobby. Wir sind Westernreiter. Elena testet verschiedene Nudelsorten. Heute gibt es Spaghetti. Elena testet verschiedene Nudelsorten. Heute gibt es Spaghetti. Elena testet verschiedene Nudelsorten. Heute gibt es Spaghetti. Wenn dir dieses Video gefallen, dann gib uns bitte ein Like. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann hilft, es heilt die göttliche Kraft! ...